Er sagt einfach nichts, Alter. Herzlich willkommen, Freunde, zurück zu meinem Arzt. Das war ne lustige Runde. Das war ne lustige Runde. Da musste ich einfach drücken. Muss ich was sagen. Er ist es. So. Oh, Gott. Simon, sei es. Sagen zumindest andere. Ich würde das einfach nur nennen. Drücke Tasten. In der richtigen Reihenfolge. Aber das kriegen wir hier noch hin, Leute. Leute, ich habe mir die Nintendo Direct angeschaut. Da gibt es ja dann bald Monster Hunter. Ist jetzt kein schönes Spiel für mich, aber es freut mich für die Leute, die das dann spielen werden. Denn... Bei Monster Hunter ist das große Problem bei mir, dass es mir zu lange dauert. 40 Minuten, wieso ist hier zu? Hallo, ich will da rein. Gucken. Hey, wer lacht denn da? Nein, ich kann moven. Ja, nicht nur. Den anderen kannst du direkt wieder rausmoven hier. Ei, ei, ei. Im Elektrikel lag ne Leiche. Ich weiß aber nicht, wer von den beiden. Also, ich habe die Leitz gefixt mit Lexi. Danach bin ich zum Reaktor nach links. Wo liegt die Leiche? Ich möchte sagen, Conny ist nicht nach links zum Reaktor gelaufen. Ich bin zum Reaktor und mach grad mein Simon. Nee, nee, da hätte ich dich gesehen dir, Conny. Du Lügner. Ich bin legit beim Simon S. Ich vertraue Moritz. Ich hab Moritz. Ich hätte dich sonst gesehen, Conny. Ja, Conny ist tot. Keine Sorge. Moritz hat so eine liebliche Stimme. Den vertraut man. Dann wird Moritz, wird Moritz. Hihihihi. Oh, ich knall. Das ist so dumm. Das ist so dumm. Ich bin da. Ich bin da. Hä? Bist du an mir vorbeigelaufen? Ich hab dich nicht gesehen. So ein behinderter... Wie ist denn der Code, Leute? Wie ist denn der Code? Ich hab den nicht gesehen. Hä? Ich hab dich wirklich nicht gesehen, Conny. Ja, ich bin da aber. Leute, wie ist der Code? Der vielleicht jetzt? Ja, ich kann den Chat ja nicht... Tut mir leid, Conny. Aber ich hab dich nicht gesehen. Wollen wir mit zwei Imposts noch spielen? Nein, vertraut man. Wie viel sind wir denn? Keiner ist okay, finde ich, bis jetzt. Oder bei 8 Leuten können wir auch 2 machen. Alter. Nein, das war öppel. Start. 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 Kann ich nicht zwischendurch drinnen? Weil, wie starten wir denn jetzt? Ja, er ist nicht gestartet. Oh Gott. Mecherita. Ja, das ist ein neue Code. Ja, klar. Machen wir das jetzt? Ja, lief doch jetzt ein. Ja, mach mal. Oh, ich hab gewonnen. Victory! Ade. Nächster hat gewonnen. Ja. Wieder so'n Code hier. Was ist ne neue Code? Noch nicht da. Hey, der ist ja schon da. Ach ne, das ist meiner. Das ist der alte. Das ist meiner. Oh, ich hab ihn jetzt hier nur zurückgeschossen. Mein Trollcode war das. Ah, Spam-Blocker. Das ist zu alt. Das ist zu alt. Das ist zu alt. Schon da gerade. Alter, krasser Name. Hä? Er hat falsch eingegeben. Drei, sechs, acht. Zwei Leute fehlen. Ja, ja, warte. Oh, der ist ja. Oh, der ist ja auch cool. Der ist kranger. So, go, go! Alle, einer fehlt, ne? Einer fehlt, ne? Einer fehlt, ne? Der ist. Der ist. Der ist. Du hast zwei Maschine-Kurs reingeschickt. Mein Gott, der mit Rehn. Der unterste Mann. Ja, und die sind zu last. Was sind denn? Einer ist Zuhone, einer ist. Anderer ist OO. Nein, keiner. E-M-N-J-K-K-K-K. 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 J-K-K-K-K-K-K-K-K-K. Ja, also nicht in den Moos reingeschickt. Wir haben auch mal ein bisschen vorgekommen. Alter Moos ist schon wieder hier komplett aufs. Der ist jetzt schon wieder der Imposter, ich sag's euch. Der Haupt. So, dann brauchen wir direkt raus. Und Poster. Lieben ist es. Lieben und ich sind's. Oh Gott. Ich bin's. Okay, ich bin's mit Fähnrich. Geh ich jetzt erstmal nach hinten. Ich bin's schade, das eben. So. Erstmal das da machen. Sehr schön. Oh mein Gott. Ja, ja, oh mein Gott, ne. Das würd ich jetzt auch sagen. Aber ich bin nicht euer Gott. Ach, das ging aber schnell. Hi, süßer. Ich geh mal hier rein. Oh mein Gott. Ja, ja. Es sind Moritz und Fähnrich eins. Wirklich. Hä, wieso? Conny. Hä, wieso ich? Leon, vor unseren Augen weg und schiebt es jetzt auf uns, oder was? Hä, ich war an den, ich war an den Dräten, Conny. Es ist Fenrich. Tobi ist es ganz sicher. Oh, das klingt gut. Leute, es ist Conny, Mann. Ja, Leute. Ich hab Tobias und wenn das mal alles will. Leon, vor unseren Augen. Ihr glaubt ihm das auch. Alle Tobi. Alle Tobi, wenn's Tobi nicht ist, ist es Conny. Alter, ihr seid so. Alter, bin ich insane, Alter. Ihr seid so welche Idioten, ey. Ah, komm. Ja, Tobi, vergiss es nicht. Ken es. Ken es bin ich. Ken es. Ich hab das Gefühl. Wenn das ist jetzt nicht, dann ist Tobi so tot, ne? Ich bin so insane. Nein, dann ist Conny so tot. Also bitte, das sogar eingestellt habt. Ihr seid echt. Na, wer war der andere, Conny? Hä? Moritz war der andere. Hä, ich hab aber Drähte gemacht. Moritz, du hast 10 Sekunden Zeit. Was ist deine Verteidigung? Ich hab Drähte gemacht. Hä, wer hat denn die Türen hier kaputt gemacht? Wow. Also, wenn's jetzt wirklich dich vote ist, ist es nicht meine Schuld. Doch, weil du mich jedes Mal rausvortest. Ich glaub immer als erstes. Conny, es steht immer noch. Wir stehen halt zu viert in einem Raum. Und einer von denen tötet halt der Tanker. Und der andere steht halt... Ich lebe. Also Tobi muss schon sehr dumm gewesen sein, wenn... Ja. Das wär halt. Ja. Wieso sollte ich callen, wenn ich's wäre so? Das wär mega toll. Lächerlich. Wenn's Moritz ist, ist es halt... Ich hab auf mein Handy geguckt, ja... Kann mal wer hier ausstellen, dass das drinsteht, wer was ist? Das ist so scheiße. Tobi. Tobi, du bist so ein Los. Ja, wieso ist Moritz auf K, Mann? Wieso ist Moritz auf K? Er ist halt so schlecht. Ey, er ist ja sogar drin. Er sieht doch, dass ich Leon aufschnitze. Warum schlitzt ihr da nicht Conny weg? Ja, weil da drei Leute waren. Einer war da vor der Tür. Na, ich hab bitte doch zugemacht, Mann. Wir werden durch das Vent-Up gehofft. Moritz hatte keine Chance. Ich war zu schnell. Nein, passt überhaupt nicht. Es war nicht. Nee, in dem Moment hab ich nicht auf den Bildschirm hier geguckt. Ah, ich geh nicht so auf. Oh. Das ist ein Troll-Rate. Tristan ist keiner von Anfang an. Ja. Weil ich lebe. Ja. Oh, Trash. Das ist dein Troll. Da, an der Tür ist. Okay, ach ja stimmt, ich kann ja reden, ne? Ich bin ja also cool, ich kann reden. Wir gehen mal hier rein. Gucken, wow. Also, no joke, aber Tobi ist gerade so hinterher. Was? Ich, Mann? Wo? Tobi kommt, ich lauf hoch, drehe mich herum raus, Tobi läuft mir hinterher, ich lauf nochmal hoch, lauf nochmal raus, Tobi läuft mir nochmal hoch, nochmal hinterher. Und bis er da bei Leon da, glaub ich, war, hat er mich nicht gefühlt. Also, no joke, Tobi ist so stark. Drei Leute, vier Leute. Erst, erste Sache, ihr seid spaßten, zweite Sache, Triggi. Und jetzt noch eine Beleidigung. Also, nein, okay, entschuldige, weil er direkt bot. Was ich, was ich, ja, also, ich bin dir übrigens nicht im Raum hinterher gelaufen, du bist nie hinterher gelaufen, schon vergessen, ich wollte da rein, lass mich mal ausreden. Alter, ich bin mir dank immer noch, Tobi. Ich spiele nicht mehr, Leute, ich bin raus, haut rein. Nein, hör auf jetzt, hör auf. Nee, ich bin raus, reg mich auf, ich spiele nicht mehr mit Tobi. Nein, nein, ich spiele jetzt mit. Nein, ich bin raus, mit Spaß. Nein. Ja, war es jetzt oder nicht? Kurze Frage um den Imposter. Seid ihr drei Jahre alt. Wollen wir ein neues Game machen? Ja, warum? Können wir kurz den Imposter rausruhen, damit wir ein neues Game machen? Weil zwei Imposter sind ganz schön viel, weil sie so wenig haben. Hey, das ist dort. Ne, egal. Wir spielen die Runde noch zu Ende, ja? Einfach skippen. Äh, nee, ich hab nicht geskippt. Ich weiß, wer es ist. Ich weiß, wer es ist. Oh, scheiße. Tja, weil wenn es jetzt fernrechtlich nicht war, ist das ganz böse. Wer war mal, der hat mich gebrottet? Ja, danke. Wer ist das Connected? Oder sollen wir wissen, ob er soll oder nicht? Digger, wie kann man wegen so einem Spiel tilten? Ja, da frag mal Conny. Das ganze Spielprinzip, richtig daraus. Du hast zwei Imposter Remaining steht da, ne? Dann ist Trif, dann ist Trif dann. Lass mich, kommt mal kurz zu Elektrik hin. Ich muss euch mal kurz die Situation zeigen. Trif dann, ne. Guck, ich komm hier oben raus. Er läuft von unten. Ich lauf hier raus. Bin mit ihm auf den Gang. Ich lauf wieder hoch. Er läuft mir daher. Ich seh hier Leon. Lauf wieder raus. Lauf nochmal rein. Er läuft mir die ganze Zeit daher. Lauf nochmal raus. Und dann bin ich weggelaufen. Trif dann, die ganze Strecke hin und her zurück. Trif dann, guck mal, wer da oben liegt. Mit dem, mit dem spiel ich nicht mehr. Niemand. Hahaha, trlalala. Schuss. Du bist die Komma, harte. Ich scherke ich nicht auf, wegen sowas tiltet. Ich wurde vor fünf Runden hintereinander instant gekillt, nach 20 Sekunden. Das ist halt ziemlich fast, dass er dann dafür, dass er kein Imposter war, ne? Ja, könnte mich ja töten. Ich warte, es ist... Ähm, Moritz. Moritz ist doch schwarz, oder? Nee. Ja, ich bin Triggy. Der Tanker war es nichts. Wo war die Leiche, wo war die Leiche? Ähm, in Electrical. Und, ähm, es ist schwarz. Dann ist es Conny und der Tanker safe nicht. Ja. Es ist, er ist in den Bent gegangen. Wolltet mich raus, dass es nicht ist. Hast du Beweise? Hätt, ich hab... Hast du ne Aufnahme gemacht? Ich sag euch zu 100%ig, Leon. Dass ich nicht das war. Der Tanker, der Tanker ist ganz rechts bei Navigation gewesen, da wo die Kamera ist. Conny war in Medbay. Und Knut und, äh, Moritz hab ich nicht gesehen. Wir waren bei der Electrical. Und Moritz hat... Ich kann mich auch noch scannen. Aber ich bin auch proven, weil ich die Position von den beiden kannte, also kann ich nicht in der Electrical gewesen sein. Aber ich war nicht bei Navigation. Hä? Ich war bei Navigation, Triggy, du Otto. Triggy, ich war bei Navigation. Ich war traurig. Ich bin mir 100% sicher. Triggy, ich war im Navigation. Doch, war ich. War ich. Der Tanker stand. Ich war aber nicht bei Navigation. Du, bist einfach nur farmblind und, keine Ahnung. Ich war bei Admin. Ist die unterrechte Kamera Admin? Weiß ich nicht. Auf jeden Fall war es in der unteren rechten. Ja, ist Admin. Ja, dann war es sowohl in Admin. Das ist doch so eine orange, das ist so eine orangene Kamera, oder? Keine Ahnung, unten rechts halt. Wenn ich es auch orange ist, ist es die... Die zeigt so eine Ecke. Ja, es ist... Ich will nur sagen, ne? Ich habe ihn nicht getötet. Knut ist echt farmblind. Ich war es wirklich nicht. Aber ich bin Imposter, das stimmt schon. Aber ich habe ihn nicht getötet. Knut ist einfach nur dumm. Tschüss. Hä? Du hast ihn nicht getötet? Tschüss, nicht tschüss. Ja, tschüss im Sinn, ich bin tot. Hä, du hast ihn wirklich nicht getötet? Richtig, ich habe ihn nicht getötet. Du Random Killer. Logo, wer es ist. Mann, ey, jetzt bin ich tot, Leute. Es tut mir leid, aber ich bin tot. So, was mache ich denn jetzt für Schönes? Ich möchte ihn eigentlich gern trollen. So, was macht er? Der ist da oben einfach die ganze Zeit, okay. Boah, ne? Was heißt, ich kann ihn? Ja, kann ihn da. Nimm ihn, nimm ihn, nimm ihn. Okay, der ist da unten. Oh. Gut. So, ich hoffe, Conny gewinnt das. Ich würde mich auf jeden Fall freuen für ihn. Die machen hier nämlich gerade keinen Anschein, dass sie das machen wollen. Tschüssi ihn einfach. Tschüssi ihn einfach. What the fuck? Okay. Hier unten war... Ah, ne, Knut war das. Haha. Knut eingesperrt. Knut eingesperrt. Da ist Conny. Nice. Oh, Conny. Conny, ich habe die Tür vor ihm zugemacht. Damit du ihn da noch töten konntest. Guck mal, was für ein Teamarbeit hier. Hä, du hast ihn nicht getötet? Nee, ich weiß nicht. Moritz? Ich weiß nicht. Was denn, aber du wirst trotzdem... Doch, du hast mich getötet. Nee. Ey, ich wollte gerade die scheiße... Conny ist reingesprungen. Ich bin hinterher reingesprungen. Dann hat er dich getötet. Dann bin ich auch reingesprungen. Bei mir kam nämlich ein schwarzes Männchen. Ja, Trottolo. Nein. Wer ist weg? Oh, Conny ist weg. Conny.